Smartphones sind aus dem täglichen Leben nicht mehr wegzudenken. Auch in der Fotografie haben sich Smartphones einen Platz erkämpft. Hauptgrund dafür ist, weil es in den meisten Fällen immer dabei ist. Nicht vergessen werden dürfen die vielen Kreativ-Apps, die erhältlich sind und die hervorragende Social-Media-Anbindung. Aber auch beim Smartphone gibt es Einschränkungen. So sind die eingebauten Weitwinkelobjektive für die Portraitfotografie ungeeignet und bei schlechten Lichtverhältnissen sinkt die Bildqualität rapide ab. Zwar bieten einige High-End-Smartphones Rohdatenformate als Aufnahmedatei an, doch auch hier ist die Bildqualität bei schlechten Lichtverhältnissen eher bescheiden. Darüber hinaus besitzen die wenigsten Smartphones einen optischen Zoom und richtige Auslöser sind eher Mangelware. Zudem ist die Einhandbedienung nicht optimal, um verwackelungsfreie Bilder zu fotografieren.